Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Bad Wars. Ich musste gerade den Namen überlegen. Minecraft Bad Wars, ja. Nach langer Zeit kommt mal wieder ein Video von Minecraft und zudem auch noch von Minecraft Bad Wars. Das muss gefeiert werden. Oder eben auch nicht. Wie ihr seht, sind wir heute mit einem ganz besonderen Texture Pack unterwegs, nämlich dem 1 Pixel Texture Pack. Warum auch immer, dass Gras 32 Pixel sind. Aber egal, mit dabei ist der gute Aline Melonen, Yoshi. Hallo. Wir gehen jetzt in eine neue Runde. Ja. So. Kennst du dich noch in Bad Wars aus? Nö. Ah gut, ich auch nicht. Ich konnte mal fastpitchen. Du konntest mal. Das kann ich nicht mehr, glaube ich. Ich kann so nicht mehr. Wie funktioniert Bad Wars? Weiß ich nicht. Okay. Ach, ihr seht schon, das sieht sehr bezaubernd aus. Dieses Texture Pack. Bei mir ist alles normal. Bei mir ist alles... Das ist gar nicht, was du hast. Alles bloß ein Pixel. Obwohl so schlimm sieht das gar nicht aus, weil tatsächlich nicht alles wirklich nur ein... eine Farbe ist. Äh, Junge, was ist mit dem los? Miesi, 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 miesi. Das hättest du mir vielleicht auch mal sagen können. Äh, ja gut. Ich mag solche Leute nicht. Solche Leute sind böse. Die sind das böse. Hinter dir. Sag mal. Vorne dir. Ich hab's gar nicht realisiert, dass du beide hast. Ich hab's selber nicht realisiert. Das Ding ist, ich verstehe es nicht mal selbst. Okay, ich will Pool. Ich bin verwirrt. Auch, aber der Typ kommt. Soll er mich mal zurückziehen? Jetzt zieh ich doch zurück. Oh, wir haben Hill Pool. Ich hab ihn sogar gekriegt und er hatte wieder ein Dier. Ja, moin. Ich sag's dir. Ich sammle die jetzt. Was? Die Dias. Okay. Und Gold auch noch. Der Typ macht mich reich. Na, er lernt dazu. Oha, er lernt ganz schön heftig dazu. Jo. Aber ich hab ihn trotzdem. Und er hat wieder ein Dier. Hä? Boah, hat er die ganzen Dias. Vielleicht war der Dierquelle dort. Ist das eine Dierquelle? Ja. Ja, bau das mal ab. Weiter komm ich nicht dran. Weiter. Krass. Mach wenigstens eine Treppe. Nein, ich hab mein Schwert getrockt. Nein, ich bin runtergefallen. Nein, was machst du? Immerhin hab ich ihn doch gekriegt. Nein, hast du nicht? Echt nicht. Komm. Okay, neue Runde. Neues Glück. Ich bin aber das Texture Pack Überfresh. Nein, ich will ihn noch kriegen. Hä? Ich find das Texture Pack Überfresh. Spiel jetzt immer noch mit. Weiß gar nicht, was du hast. Hab ihn. Warte. Ich sterbe mit allem Ressourcen. Nein. Jetzt nicht. Nächste Woche, nee. Morgen ist erster Advent, Leute. Echt? Also das Video wäre ich dann wahrscheinlich am ersten Advent hochladen. Wahrscheinlich. Oder auch nicht. Deswegen frohen ersten Advent. Dann schneid mal schön. Du hast Glück, doppelte XP und dauerhafte Scherre, Junge. Ich muss immer gucken, was welche Dinge sind. Misi. Misi. Gek-Tog, Gek-Tog, Gek-Tog kommt. Ich bin hinter dir. Ich hab ein Gold. Jetzt nicht mehr. Nein. Los, Misi. Du schaffst das. Ich hätte das Bad. Das Ding ist, ich seh auch nicht, wie lange ich abbaue. Nein, ich bin tot. Also haben die Gegner Schwerter in der Hand? Ähm, können wir vielleicht mal die Taktik des Zusammenangreifens tätigen? Ja, bist du hinter mir? Nein. Nein. Bin ich nicht. Ich bin gerade eben gestorben, aber danke für die Nachfrage. Du denkst ab? Ja. Hat nicht auch nichts. Echt? Ja. Geil. Also irgendwie haben die keine Schwerter in der Hand, aber machen so viel Schaden. Dann sind das wohl Hacker. Ich habe ihn. Nice. Blaues Team wurde Aluminium. Gibt das vielleicht an irgendeiner Einstellung, was ich im Bett lang gemacht habe? Ja. Das kann gut möglich sein. Ja. Ich finde es lustig, wie alles einfach nur eine Farbe hat. Und ich noch nicht mal die Abbautextur sehe. Cross-Teaming. Bitte melde dich. Ah ne, warte mal, warte mal. War das nicht eine Fernsehserie? Ich weiß nicht. Bitte melde dich. Soll ich zur Mitte gehen? Kannst du machen. Okay. Ich will das einbauen. Merk schon, ich habe hier wieder richtig viel geil zu cutten. Bing, bing, bing. Nein, heute nicht. Wo ist er? Du kriegst sie. Der hat Feuerball geschossen. Der aber hat verkackt. Das war übel kontraproduktiv, um ehrlich zu sein. Eingriff, Eingriff, Eingriff. So, ich kriege dich jetzt zu. Einen habe ich. Oh, drei Smaragde. Juch. Nicht so bass. Und ich habe nur noch ein Herz. Oh, vier Dias. Tschüss. Perfekt. Oh, Healpool und Rüstung, würde ich sagen, oder? Healpool und Rüstung. Rüstung und Alarm vielleicht noch. Ja. Abbaulähmung. Los. Get in there. Jetzt hole ich noch Glas. Ich habe auch noch vier Glas. Wir sind PvP-Profis. Hä? Was hast du in der Hand? Hä? Ein Schwert? Das sieht ja komisch aus. Steinschwert. Hä? Bei mir ist es so ein Glasblock einfach. Hä? Hä? Ich glaube, der Bad Line ist verpackt. Also. Ihr habt das leise Gefühl, es kommt lila oder pink oder was auch immer. Das ist dann mein Tech-Shop-Pack. Achtung, ausschwärmen. Achtung, ausschwärmen. Ich lebe noch. Äh, gelb? Dort. Nee, gelb. Nein, das ist ablenkend. Das ist mal eine Überachtung. Lila. Okay. Ich bin eh tot. Alles gut. Oh Gott, gelb. Der Schaden macht. Oh Gott, da kommt ein anderer Gelber. Nein. Achtung, gelb, gelb, gelb. Hä? Nein. Ich habe den hintereinander getötet. Achtung, gelb, 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 gelb. Hier ist kein Gelber. Wui, 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 wui. Das ist kein Gelber. Sicher. Oh Gott, nee, zu Gelb will ich nicht gehen, aber die kommt. Gelb kommt. Boah, das war eine geile Kombo. Scheiß auf den einen Diamanten. Ist mir herzigeroll. Okay, was macht weiß? Ah. Krieg heute noch eine richtig geile Kombo. Ähm. Mein Name. Brauchst du Hilfe? Äh, ja. Der hat die Errüstung. Ich hab's gesehen. Ich hab dir von Weitem zugesehen. Nein, ich hatte nicht vor, dir zur Hilfe zu kommen. Weißt du, das Ding? Typisch. Wo ist denn der jetzt? Weiß ich, nee. Oh, ich dachte gerade, er ist bei unserer Weise, aber das bist du. Sag das doch. Was? Hä? Ähm. Ich war runtergefallen. Fabin. Oh Gott. Danke. Hat er was kaputt gemacht? Weiß ich, nee. Nö. Okay. Vielleicht braucht man eine neue Falle. Ich hab das Gefühl, gelb geht uns an den Kragen. Ja, ich kann gelb angreifen. Die haben Beton. Also, glaub ich jedenfalls. Bei mir ist alles nur eine Textur. Ich kann das nicht so genau sehen, aber. Okay, wir haben ein zweites Rüstungs-Upgrade. Und Lila kommt, Achtung. Lila. Schaffst du das? Und weiß. Und der andere Lilane. Nein, ich schaffe dies nicht. Ich bin gerade runtergefallen. Ich bin nicht gerade mit gelb. Das ist scheiße. Ja. Na ja, weißt du das? Hä? Ja, wir haben das so ein bisschen... Wo gehen wir hier? Ich will eigentlich nirgends wo hingehen. Ich hab Angst. Keine Angst haben. Na, ich würde die da ausschalten eigentlich. Ja, aber die sind halt krass. Oder gelb. Na, genau deswegen nicht die Ausschalten. Scheiße, ich bin mal runtergefallen. Mit einem Lila. Achtung. Lila kommt. Pink. Lila. Rosa. Keine Ahnung. Ist alles dasselbe. In meinen Augen. Äh, gelb kommt. Hä? Alter. Hat dir gerade den Weg gesprengt? Der hat sich selbst mit dem TNT... ...ins nichts geworfen. So ein Idiot. Der wollte mich damit n... Okay. Aber... Trotzdem, Achtung, gelb kommt. Gelb nicht mehr. Gelb ist tot. Er hat den Weg gesprennt. Aber... ...uner Weg ist auch tot. Ja, wir kommen halt nicht mehr zurück, ne? Bist du auf der Indie eingesperrt? Nö. Nö? Ich geh jetzt zu gelb. Mach das. Dann fühle deine Träume. ...würde deine Träume. Jeder darf alles werden. Du bist frei. Scheiße. Ich hab ihn verkackt. Ich würd's ja geil finden, wenn's entweder gelb oder rosa. Ich helf weiß jetzt. Bist du bei uns? Ja. Gut, ich glaub, wenn ich ein gelber kommt. Hm. Das ist actually nicht schlau von dir. Aber beide kommen, deswegen ist es sehr schlau. Oh Gott. Okay. Manchein ist unser Weg so geil und kompliziert, dass die alle... Okay, ja, bitte schade. Unser Bett ist tot. Warum ist da ein Block... ...loch... ...in unserem Weg? Misi, 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 Misi. Haben wir beide? Und rosa hat auch kein Bett mehr. Echt? Geil. Ja. Weiß hat rosas Bett zerstört. Nicht gut. Aber gelb lebt noch. Ich hab das Gefühl, rosa lassen wir jetzt mal in Ruhe, weil die wollen, glaub ich, ein anderes Bett zerstören. Ach, können sie doch machen. Ja. Deswegen, ja. Der rosa hat eh kein Bett mehr. Deswegen lassen wir sie auch in Ruhe. Oder wir nutzen ihre Taktik als Ablenkung, dass ich in ihre Base kann. Also in die Base von... Base... Base von... Gelb. Aber du musst auf unser Bett aufpassen, ne? Wird's mal so. Die haben Obsidian. Die haben Abbaulähmung. Ohne Abbaulähmung hätte ich das jetzt geschafft. Mit Abbaulähmung. Ich kann euch spoilern. Nicht. Äh, wie lange dauert's Obsidian mit deinem Holz-Pick-up zu bauen? Sehr lange. Ich glaub... Ich glaub, das dauert länger, als die Runde überhaupt noch geht. Ja, ich sitz mal eine Weile dran. Obwohl, das geht schon... Es hat schon ein paar Wisse. Bei wem bist du? Bei Weiß? Echt? Echt? Ich glaub, Weiß ist das letzte Team, was enemy... Ich glaub, Weiß gewinnt, hab ich so dieses Gefühl. Warum? Weiß ich nicht, weil die Obsidianer haben vielleicht. Bald nicht höher. Bald nicht höher. Wie jetzt bald nicht mehr? Ich fahr mit der Holz-Pick-up ab. Wie viele Risse hast du schon? Sehr viele. Das ist schon am Rand angekommen, die Risse. Echt? Ja. Was, das schaffst du? Ich hab's! Nein, oder mit ner Holz-Pick-up. Warte mal, das... Jetzt... Jetzt werd ich in der Aufnahme gucken, mal... Ich... Wie... Ich werd zusammenfassend, wie lange es gedauert hat. Mach ich dann aus dem Schnitt raus. Jo! Einen hab ich. Weiß ist eliminiert. Aber ich würde... Äh... Sagen, du kommst in die Base, weil Pink kommt gerade. Ja. Jo, ich komme. Pink hat unser Bett. Nein. Ich bin jetzt runtergefallen. Ne, doch nicht. Was war jetzt deren Mission? Ich glaub, deren Mission war einfach nur, unser Weg zu sprengen. Okay. Ich bin jetzt dafür gestorben. Für nichts. Gut. Dann hol ich mir jetzt ein... Äh... Dingsrüstung, ne? Ich habe so diesen Drang, unser Bett mit Obsidian einzubauen. Mach's doch. Weiß nicht, woher er kommt. Soll ich Klaus bespannen? Mach's doch. Ich hab' nicht genügend Gold. Äh... Ist hier gerade was explodiert? Ja. Ich höre Enderperlen. Nö, Enderperlen nicht. Ach so, die kämpfen grad mit Gelb. Ja, gut. Dann lassen wir sie mal. Hast du zwei Dias? Ähm... Ich nicht, nö. Schade. Hey, Gelb! Dummen Schweine. Also, ich hätt's jetzt funny, wenn... Wenn die die ganze Zeit sich gegenseitig bekämpfen. Hilfe. Dingshardt. Boden. Ja, dann lass ihn doch in Ruhe. Ich hab' Lila. Ja, Lila eliminiert. Und ein Gelber auch eliminiert. Aber halt, es gibt noch einen anderen Gelben. Würdest du sagen, du kümmerst dich um den Gelben? Ja. Okay. Gelb kommt. Ähm, ja. Ein Gelber kommt. Danke für diese Information. Juhu, Junge! Alter! Wie hat er sich schon schnell hier reingebaut? Weiß ich, ne. Vielleicht hat der aber stärkste Picke, oder so. Hä, wie ist der? Achso, hier oben ist ein Weg. So. Also. Achtung, Gelb. Wie, Gelb? Na, Gelb. Ups. Ah, okay. Hat sich ge... Hat sich erledigt. Och man, er hat schon wieder unser Weg abgebaut. Und? Ja. Ja, und? Na, und? Achso. Achso, wir haben ja einen oberen Weg. Ich geh jetzt der Gelb angreifen, okay? Ja, mach das. Majo. Also, wenn ihr keinen Kontakt mit uns haben wollt, dann lasst es doch einfach. Dann kommt doch nicht her. Hä? Und die ist noch einen schönen Weg gesprengt? Ja. Also. Ich meine, wenn die keinen Kontakt mit uns suchen wollen, dann lasst es doch einfach. Geht uns nicht auf den Nerv? Ich werde diese Leute niemals verstehen. Ah, wir haben neun Gold. Was kann ich mit neun Gold machen? Nein. Oh. Boah, ich kaufe mir jetzt auch Feuerbälle. Ey, brauchen wir die ja mal in ihr Bett. Ja, ja. Du hast mir gerade dein ganzes Eisen geklaut. Das waren nur 14. Ja, die brauche ich vielleicht. Rück dich mal. Ich bin selbst aber Arsch, ja. Du. Wir haben auch die Leiter einfach nur so aus... So, 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 aus einfach so ner... Einfach so ner, weil so ner... Einfach so aus Gelb besteht. Nein! Alter! Och, du bist dumm. Was hast du dir gemacht? Och, nee, ne? Was hast du... Alter, das kannst du keinem erzählen. Was hast du dir gemacht? Oh, die... Och, nee, Alter. Die... Oh, die sind in unserer Base. Na toll. Na toll. Okay, ich hab mit einem Herz. Ich hab da ein Bett. Echt? Na? Oh, geil. Danke. Jetzt müssen wir den nur noch killen. Ja. Ich hab das Gefühl, dass das nicht leicht wird. Ach, das sind ja nur noch gelb. Ups. Ja, ja. Und das sagen wir jetzt unser Bett nicht verlieren? Ich bin nicht in der Base, ne? Ne, beide gelben sind hier. Wir sind eh beide gelben. Das ist gut, dass da mir hier zu rein. Wenn die es gar nicht bemerken. Oh Gott, die haben... Oh, die haben die Errüstung. Okay. Das kann schwerer sein, als ich gedacht habe. Nein. Ja, das wird jetzt sehr schwer. Bombardieren wir die Leber mit Feuerbällen? Kann ja. Wollte ich jetzt so was sagen? Och, Junge. Ich dachte, das wäre ein Gegner. Ja, die kommen gleich. Also... Aber das wirst du. Also, komm gleich. Ach, hier hast du schon Feuerball. Ja. Schade. Jetzt hätte es funktionieren können. Hä? Nein! Hä? Ich wollte mit einem Feuerball, aber hatte Kompass. Ne? Ups. Also. Also. Wo sind die? Einen habe ich. Ja, ja, beide. Wow. GG. GG. Und ich würde sagen, das ist damit für die Folge gewesen. Haut rein. Bis zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt. Minecraft Bad Wars. Ach, Mann. Das war eine lustige Folge. Haut rein, Leute. Bis zur nächsten Folge. Und ciao. Ciao. Schönen ersten Advent. Lul. Ja. Oh.